Servus, ich bin die Leni. Grüß euch, liebe Leni Franzi. Wir zeugen beide in die vierte Klasse an der Grundschule Gromstedt. Unser neuen Jahrhundert. Gromstedt heißt für die Preise Grabenstedt und liegt am schönen Chiemsee, wie es am Kern sind. Wir zwei sind ein richtig gutes Team und uns sind wahnsinnig frei, wie man gemeinsam gegen einen Prominenten O treten darf. Der Promi kann sich gern auch eine Verstärkung sagen, wenn er es nicht allein schafft. Die Skuridro ist, wie wir zusammen sind. Wenn ich was nicht weiß, dann weiß ich. Wir zwei haben ein richtig gutes Gedächtnis. Außerdem können wir Astralen Hochdeutsch. Unsere Schulleiterin ist es wahnsinnig wichtig, dass wir beides klären. Hochdeutsch und Dialekt. Wir haben sogar die Zauberflinte auf Boerisch vorgeführt. Wenn Corona nicht war, dann hätten wir König der Löwen auf Boerisch aufgeführt. Meine Mama sagt immer, ein gescheites Kind kann beides. Die fünfzig Dialekte lernen wir so schnell auswendig, dass der Promi vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zubringt. Wir sagen in Bayern, dass ein Promi vor lauter Staunen zu auszerrt. Jetzt müssen wir's aber backen. Wir haben ja was zum Tor. Für dich!